Sylt ist für mich der Ort, wo sich Tradition und Moderne treffen. So nah am Zeitgeist und gleichzeitig doch so voll von gelebter Tradition. Unsere Strandkorbmanufaktur ist Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Mein Schwiegervater hat die Firma aufgebaut und hier kommt die ganze Familie zusammen. Ob Oma, Opa, mein Schwager, meine Frau, hier wird jahrelang Erlerntes mit Liebe und Leidenschaft praktiziert. Wenn ich die Körbe ausliefere oder mit dem Motorrad oder dem Blitz unterwegs bin, den Wind spüre, das Salz schmecke, dann weiß ich, ich will nirgendwo anders zu Hause sein. Im Winter wird es hier deutlich ruhiger. Dann wird Sylt von der Stadt zum Dorf. Die Wanderwege sind wieder leerer und man findet endlich wieder mehr Zeit für Freunde und Familie. Jetzt beginnt die Zeit, in der man die wahre Schönheit der Insel erleben kann. Sie mit den Menschen genießen kann, die man liebt und die einem besonders nahe sind. In solchen Momenten weiß ich, das ist meine Nordsee, das ist mein Zuhause. Die Wanderwege sind wieder leerer, das ist mein Zuhause.